Sollte man in der Öffentlichkeit beten? Erstmal ein Mann hat die Pflicht allgemein, dass er in der Moschee betet. Hat die Pflicht allgemein, dass er in der Moschee betet. Wenn er nicht dieses schafft, weil er jetzt zum Beispiel etwas zu tun hat, dann hier muss er in der Gebetszeit sein Gebet verrichten. Und wenn es draußen ist, dann draußen. Wenn es im Haus ist, dann im Haus. Aber wenn er die Möglichkeit hat, im Haus zu beten oder draußen, soll er im Haus beten. Allah Ta'ala An-Ala.